Ja mal, Urlaub war gehörig, jetzt wieder da, schauen wir was im Ländle so abgeht, oder? Spinnig! Imagnum! Oh mein Gott, ich kann das nicht! Rubbi, 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 Rubbi! Der Freak, die Freaks, das Freak, alle Freaks! Oh Gott, du Vater, ich hab mir eine Kugel! Was zum Kuckuck? Voll crazy wird's am Freitag, dort ist die Aumneid in Konradsom. Dort reden alle wahrscheinlich klein langsam. Warum wissen das sehr? Aumneid, Freitag, Konradsom, um 22 Uhr. So und jetzt sind alle Freaky Boys und Freaky Ladies aufgepasst! Freaky Friday Nachtschicht! Ich seh's euch, da geht's wieder ab, da sind sie alle draußen auf der Tanzfläche und machen einfach was cooles! Tanzen mit, ab in die Nachtschicht, Freitag, 21 Uhr! So und jetzt gibt's was für die Sparfüchse unter euch, denn, tja, gratis ist alles für euch am Freitag! Nicht alles, aber zumindest der Eintritt beim legendären Steinebach-Clubbing! Also zweimal zwei Karten für euch mit dem Hashtag legendär! Oh mein Gott, wir haben ein Geburtstagskind! Ja, wer ist es denn? Ja, das Bund in Vellkirch! Feiert satte sieben Jahre! Wir ziehen unseren Geburtstagshut und wünschen alles, alles Gute! Schauen vorbei, genießen ein Säckchen und vielleicht gibt's einen Kuchen! Wer weiß, ich hab Hunger, also geht rein! Viel Spaß! Tja, ich bin kein Sportkanone, aber wie sieht man so schön, was man sehr nicht kann, sollen man andere machen lassen! Und wenn ihr einen Gratis-Kuchen wollt, dann kommt nach Vaduz! Dort gibt's nicht nur gratis Kuchen, sondern auch gratis knackige Asche zum Anschauen! Schwingen euch nach Vaduz! Schauen ein bisschen Rugby! Und wir sehen uns vielleicht auch am Sonntag hat der Rollhockey-Club Dornbirn einen riesengroßer Flohmarkt! Und zwar in der Stadthalle in Dornbirn! Dort könnt ihr ab morgen früh bis um 16 Uhr, könnt ihr dort ein kleines Geburtstag gehen, wie man so schön bei uns sieht! Also nehmen einen großen Sack mit und kaufen dann Flohmarkt leer! Bis nächste Woche haben wir sich wieder ein kleines Geil gesperrt, dann könnt ihr wieder fortgehen! Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag! Tschüss!